Was ist die Agenda 2030? Vor fünf Jahren, am 25. September 2015, beschlossen alle Mitgliedstaaten der Vereinigten Nationen die Agenda 2030. Die Agenda ist eine Art Zukunftsvertrag. Sie verfolgt das Ziel, weltweit menschenwürdiges Leben zu schaffen. Das gilt in ökologischer, in ökonomischer, aber auch in sozialer Hinsicht. Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele sind der Kern der Agenda 2030. Den Jahrestag nehmen wir zum Anlass, uns offiziell zur Agenda 2030 zu bekennen. Wir machen schon sehr, sehr vieles, aber mit diesem Bekenntnis soll ein neuer Schub zu diesem Thema bewerkstelligt werden. In Zukunft wollen wir uns noch stärker für nachhaltige Entwicklung einsetzen, das heißt Klimaschützen, biologische Vielfalt bewahren, nachhaltige Mobilität fördern und ressourcensparend wirtschaften. Mit unserer Unterschrift zur Agenda 2030, Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten, werden wir Teil von rund 150 Kommunen in ganz Deutschland, die sich zu diesem Zukunftsvertrag bekannt haben. Den globalen Herausforderungen können wir nur alle gemeinsam begeben. Städte, Gemeinden und Landkreise sind zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele aufgefordert. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Erklärung unterzeichnen. Wir alle müssen zusammenhalten, die kommunale Familie, die Firmen, aber auch jeder Bürger, jede Bürgerin dieses Landkreises.